Ja, natürlich. Was heißt denn noch? Ja, du bist mega inaktiv! Hast du ihn getrunken? Irgendwie, ich bin immer um 18 Uhr da. Hey, ich seh dich nie! Dann bist du nicht an die Spiele. Guck mal die Extensions an. Ich wär den letzten Tag nicht online, weil ich keine Stimme mehr hatte. Geil, ne, ne? In dem Moment auch noch nicht, weil die Stimme die beste ist. Ah, jetzt hörst du mich nicht an die Spiele. Ich bin doch keine O-Budgetes, was soll das? So Leute sind doch nicht gefördert. Muss doch nicht mehr anders machen. Ich wusste ja gestern, wie meine Bewerbung gebisst wurde. Oh, wieso? Von Kai. Die haben meine Bewerbung im Stream die ganze Zeit laut gelesen. Und bearbeitet. Im Stream? Ja. Ja. Egal, das darf man. Das ist nicht schlimm. Ich hab das mit Humor genommen. Ich würd ja... Ich weiß, dass du hier bist. Was bin ich jetzt? Ähm... 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 Was macht der... Was macht der... Was macht der... Ähm... Was macht der...